Nachdem wir im letzten Video gesehen haben, wie man eine E-Mail-Adresse bekommt, hier ein Tutorial, wie man ein E-Mail-Konto wieder löschen kann. Wenn ich meine E-Mail-Adresse ebenfalls komplett löschen möchte, dann muss ich mich dazu erst einmal nochmal anmelden. Passwort dazu entsprechend eingeben. So, und das ist jetzt ein bisschen schwierig zu finden. Ich gehe hier mal auf die Startseite, dann müsste man schauen bei E-Mail. Hier unten haben wir die Einstellungen. So, bei den Einstellungen haben wir hier noch Passwort-Konto. Und hier steht Account stilllegen. Und ja, hier gibt man nochmal einen Grund an. Ich benötige den Account nicht mehr. Hier brauche ich nochmal zum letzten Mal mein Passwort. Und sage dann übernehmen. Und dieser Account ist dann endgültig gelöscht. So, ich bin mir helfen. So, ich bin mir dabei. Ich bin mir dabei. Vielen Dank.